Wie ich mein Fachgebiet in drei Worten beschreiben würde, blutig, spannend, ist ein harter Job, aber einer muss ihn ja machen. Was das Beste für mich an der Notfallmedizin ist, natürlich die Mitarbeiter, der spannende Bereich, immer wieder neue Leute, immer wieder spannende Patienten und wir sind einfach cool. Warum die Notfallmedizin beim DocSlam gewinnen wird, ist ganz klar. Ohne uns wären die anderen Fachgebiete einfach mal komplett gar nichts. Wir sind die Wegbereiter für alle anderen und da können die anderen einfach mal einsteigen, weil wenn wir nicht die Vorarbeit leisten würden, hätten die anderen mal gar nichts zu tun.